Bis 12 Uhr gepennt. Oh, 2 Uhr mittlerweile. Draußen so warm, 36 Grad. Mal gucken, ob ich nachher noch zum Fluss war, habe ich eigentlich Lust drauf. Besonders zum Sonnenuntergang hin ist ja noch mal eine gute Beißzeit. Aber jetzt hier tagsüber, keine einzige Wolke am Himmel, da trägt eh nix. Da verbrenne ich nur in der Sonne. Ja, Videos zusammenschneiden und ein paar YouTube-Videos gucken oder so. Viel mache ich nicht. Morgen hole ich ja super früh raus, viertel vor sechs. Ne, halb sechs. Da bin ich um sechs Uhr losfahren kann und um viertel vor acht da bin. Boah, ich hoffe das klappt, ey. Ja, ich habe heute nichts mehr gemacht. Nur Videos zusammengeschnitten und YouTube-Videos geguckt. Und jetzt hier läuft gerade der feine Table der World Series of Poker. Main Event mit einem Deutschen am Tisch. Von da ist das ganz interessant. Die Janne gerade zum Essen gerufen hat, gibt es Pizza, glaube ich, und Salat. Also, schauen wir mal.